So meine Freunde, wir kommen zum Video Leistung MM3. Dafür braucht man natürlich auch einen guten Sprit. Das Auto hat jetzt so mit der stärksten Mapp gerade 730 PS und 995 Newtonmeter und das zeigen wir euch jetzt gleich, wenn das Ding voll ist, wie sowas fährt. An den Wagen jetzt erstmal natürlich warm, wie es sich gehört. Dann werden wir euch noch ein paar Sachen zeigen, wie sich das vom Klangbild her anhört. Jetzt muss man natürlich bei meinem Auto sagen, Eventuri, GWG Downpipe inklusive Abgasanlage ab OPF. Das macht natürlich noch mal einiges her. Das ist schon, ne? Das ist eine Anzahl. Ja, ja, ja. Und das ist natürlich auch alles in Kombination eingetragen. Jede Stage, ob 1 bis 2 Plus, wird auf dieses Auto programmiert. Das heißt, nicht ein Datenstand wird einfach draufgespielt. Ja, Auto fährt schon mit dem Datenstand, weil alle so fahren. Nee, man fährt mit dem Auto zu Klaus hin. Das Auto kommt auf den Prüfstand, wird individual abgestimmt und diese Stages werden dir gespeichert. Das heißt, auch wenn du mal ein Problem hast, du hast eine direkte Online-Verbindung zu Klaus hin oder beziehungsweise zu Firma hin, dass sie halt auch gucken können, was, wenn mal was ist mit dem Auto los ist. Und das Schönste ist eigentlich sogar noch, man sagt jetzt, ja, die Garantie ist weg. Ich habe es schon gebucht. Ich meine, wir liegen bei ungefähr 1,6 auf der Garantie für ein Jahr. So und das Einzige, was halt wenn um die Ohren fliegen kann, ist halt also Motorgetriebe und auf alles andere übernimmt die BMW-Garantie. Also sprich ein Display wie eine Heizung, whatever, was hier drin ist. Darauf hast du halt trotz dessen weiter Garantie. Ja, und ich wäre eigentlich dafür, dass wir den Klaus jetzt gleich mal anrufen. Die gewählte Rufnummer ist zurzeit nicht erreichbar. Der Teilnehmer wird per SMS benachrichtigt, sobald er wieder erreichbar ist. Dieser Komfortdienst ist für Sie kostenfrei. Auf Wiederhören. Ah, okay. Alles klar. Klaus-Lieber-Gus geht raus. Hat nicht so ganz geklappt. Ja, leider ist es so. Mal wieder in Deutschland schlechtes Wetter. Da machst du nicht viel. Dritter Gang. Ja. Dritter Gang nur am Drehen. Vierter. Auch am Drehen. Fünfter. Auch am Drehen. Wir warten, bis das Wetter, glaube ich, einfach besser wird. Im fünften Gang, Wheelspin. Klar, es ist nass, aber es ist trotzdem krank, weil es ist der fünfte Gang. Wohin? So, meine Freunde. Kein Regen, keine Sonne. Aber es ist trocken. Ich würde einfach sagen, wir fangen jetzt direkt an, bevor es hier wieder in Deutschland anfängt zu regnen. Also, Abwart. Wir sitzen jetzt im Auto. Die Map wurde gerade drauf gespielt, damit ihr es mal gesehen habt. Es ist eine App. Man muss dazu direkt sagen, es ist keine fertig geschriebene Software, sondern jedes Auto wird individual abgestimmt. Das heißt, die Stände sind alle auf dieses Auto hinterlegt und die werden auch dort bei Olizki gefahren, die Stände. Also, es ist keine App, die einfach sagt, der Wagen hat jetzt die und die Leistung und das funktioniert so. Wir haben jetzt die Stage 2 Plus aufgespielt. Ihr seht, ich habe mehrere Maps drauf, selbst eine Ethanol-Map. Das zeigen wir euch aber mal irgendwann mal anders. Das habe ich selber noch nicht getestet. Das ist auf jeden Fall auch nochmal eine richtig wilde Nummer. Kann man so sagen, circa 100 PS mehr. Wir drehen jetzt eine kleine Runde, dass er warm ist und dann zeigen wir euch mal. Schönes Wetter. Wenigstens trocken. Und sagen und schreibe 8,5 Grad nur noch. Bei der Stufe 2 Plus braucht man auch nicht extra ein Getriebeflaschen oder sowas. Das ist schon alles mit dabei. Wir haben gerade so eine Testoption hier im Auto mit dem Getriebe. Finde ich ganz geil. Wir haben jetzt hier 730 PS. Werdet ihr natürlich hier nicht sehen. Ihr seht auch, bei mir hier sind so alles so Datendisplays drin. Da kann ich halt auch immer ganz cool. Also ein Lieben Gruß an CanCheck. Nur mal so am Rande. Wir düsen jetzt mal auf die Bahn. Gucken, dass wir hier in Deutschland schön Geschwindigkeit offen haben. Und dann zeigen wir euch mal, wie so ein Ding nach vorne schießt. Jetzt muss man natürlich auch sagen, das Auto ist nicht so das typischste Auto. Ich baue mein Auto am schnellsten. Sondern es muss gut fahren. Gut abgestimmt sein. Weil ich habe hier halt auch zum Beispiel 21 Zoll drauf. Bei 95, 25, 21 auf den Hinterachse. Das heißt, ihr habt ungefähr so viel Gummi. Der Heckflügel hinten dran im Übrigen auch. Der bremst halt natürlich eher im oberen Bereich. Ich sage immer dazu, es ist ein Eisgelenfahrzeug. Der muss nur schick aussehen, ein bisschen flotter sein und alles ist gut. Und das Wichtigste ist natürlich, auf Drift-Days muss der immer färger sein. Wir lassen die Traktionskontrollen an oder aus, Börge? Ich würde sagen, aus. Alles, alles. Das muss drehen. Ich würde sagen, erst mal an und dann wirken wir auch. Schisser, ja, okay. Also es ist halt nur am Blinken. Ja, es ist krass. Also ich meine, ich kenne es jetzt schon, wie das nach vorne geht. Allerdings ist es halt nur am Blinken und er ist nur am Regeln. Auto verhält sich aber mega krass. Also er bleibt einfach in der Spur. Die Autos regeln super, super geil. Hier ist es jetzt schon direkt gleich offen. Ich will lange jetzt einfach mal direkt rein. Ja, das fährt auf jeden Fall. Eben hier auf Schienen. Ohne Schaden, der gefällt mir nach vorne. Natürlich mit dem breiten Reifen sitzt der Wagen halt natürlich richtig, richtig krass. Aber du merkst halt während der Fahrt, ich muss trotzdem lenken, weil er halt hinten anfängt zu tanzen. Das ist schon eine absolut kranke Ansage. Alleine die Ansaugen, ne? Ja, Mann. Boah, geil. Das ist schon krass. Das ist halt schon echt geisteskrank, ne? Das Auto fährt komplett anders. Das ist gar nicht mal vergleichbar. Für mich war das direkt am Anfang wie ein komplett neues Auto, wo du einsteigst und einfach mal reinlangen kannst. Ja. Oh, gut, Alter. Das ist ganz krank. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin echt immer wieder begeistert, wenn ich hier reintrete, wie das einfach marschiert. Ich glaube aber, auf dem Beifahrer fühlt sich das nochmal anders an, weil ich habe halt das Lenkrad in der Hand und weiß halt, ich trete jetzt rein, es passiert was. Ich fahre den Wagen im Alltag tatsächlich mit Serienleistung. Ja, wenn ich meine, das mal zu zeigen, dann zeige ich es euch. Und wir drehen jetzt mal und haben noch ein bisschen Spaß mit euch. Es ist einfach der dritte Gang, der auch permanent spult. Es ist trocken und die Reifen sind warm. Ja, es ist krass. Wir lassen ihn mal automatisch schalten. Das ist so geisteskrank schnell. Einfach Wahnsinn. Stufe 1 bis 2 plus, inklusive der ECU-Unlock und der Sicherung dazu, dass der ECU-Unlock halt gar nicht erst rausfliegen kann, liegt man bei circa roundabout 3800 und ein paar kaputte. Was natürlich erhalten ist, ist Stage 1 bis 2 plus, ganz klar. Diese Stages muss man sich so vorstellen, dass die halt individuell auf dem Auto abgestimmt werden und es nicht eine Fertigsoftware ist. Dass mein Auto auch dort stand, die Stage 1 bis 2 plus durchgefahren haben, haben gesagt, auf dem Auto so und so viel Leistung funktioniert und alles ist grün. Da kommt jetzt unsere Abfahrt und dann schalten wir nochmal was um. Im Übrigen, so sieht das Ganze aus, wenn man dann mal hier kurz was umschaltet. Und zwar ist mir gerade aufgefallen, dass ich noch meine Custom-Map fahre und jetzt flashe ich gerade um. Das Ganze hat jetzt sage und schreibe eine Minute gedauert. Dann steht hier, Zündung schaltet sich von alleine aus. Ich drücke auf OK. Jetzt gleich sollte es grün leuchten. Grün. Und das bedeutet, jetzt ist die 2 plus auch drauf, die große Map. Und die? Komm, auf geht's, oder? Los. Jetzt wird es nochmal richtig wild. Schwarz feiert, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Es ist schon echt krank. Traktion kontrollieren natürlich auch alle aus. Wir drehen jetzt mal einfach drauf im vierten. Das ist nochmal eine andere Welt, oder? Das ist ja nochmal eine andere Welt. Das ist, ja, ja, ja. Vorher war halt tatsächlich die Custom-Map von mir sozusagen. Ja, wurde mir vor ein paar Tagen zugesendet und ich sollte die einfach mal fahren. Mal was testen. Und das ist halt, ja, Ansage. Also da... Ey, der schießt ja richtig nach vorne. Das ist nicht mehr normal, Alter. Das ist echt nicht mehr normal. Alter. Ja. Ja. Das ist schon ziemlich wild. Ja. Das ist schon ziemlich wild. Boah, zweiter Gang, ne? Das ist halt schon echt eine wilde Nummer. Der war einfach am drehen hinten. Und der dreht immer noch. Jetzt nicht mehr. Das ist absolut Abriss, Jungs. Also es ist einfach krank. Das ist echt nicht mehr normal. So, dann gibt es noch was. Zeiten. Man muss natürlich sagen, jedes Auto fährt natürlich immer eine leicht andere Zeit. Lassere Felgen, kleinere Felgen, riesigen Heckspoiler hinten drauf, whatever. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es fährt sich geil. Es fährt sich echt geil. Ich will es ja auch unbeschreitlich krass auf Beifahrer führen. Ja, und ansonsten habt ihr mal was gesehen zu der Leistung. Wir werden euch das auf jeden Fall mal irgendwann im Sommer, denke ich, da jetzt die Messe ansteht und wir echt relativ wenig Zeit haben, jetzt nochmal das Auto nochmal neu zu messen. Wir zeigen euch das Ganze dann nochmal mit Ethanol. Ist auf jeden Fall eine super wilde Nummer. Wenn ihr Fragen habt, am besten direkt unter die Kommentare oder an Klaus senden oder mir bei Instagram schreiben, wie auch immer, wird auf jeden Fall, glaube ich, jeden sehr, sehr glücklich machen, wenn man überlegt, eh eine Software zu machen. Wir sind angekommen an der Firma. Ich flashe mein Auto jetzt einfach zurück. Hier oben steht Flash auf Original. Das machen wir jetzt. Da drückt man einmal drauf. Dann steht da unten Ja, ausführen. Das machen wir. Legt mein Handy zur Seite. Das Auto wird zurück geflasht. Also einen schönen Feierabend euch. Wir machen jetzt auch Schicht. Und das war's. Bis nächstes Jahr im Sommer. Dann zeigen wir euch noch die Ethanol mit. Tschüss.